Musik So, ich gehe gleich mit. Ja, also den fahre ich dir da rein, ohne dass du da drin, dann holen wir den wieder raus. Oh, packen wieder ein, es ist kalt draußen. Packen wieder ein. Ja, wir wollten ja reinfahren und dann wieder rausparken. Ja, komm, noch ein Stück zurück. Ja. Weil die was rausstehen. Na, guck zu. Hier ist der Weih, unten jeweils an der Kante, kann der gerade zum Hof stehen. Alles klar. Jetzt kommt der Düngermeister jetzt zum Zug, weil der ist auf der 567, da kommt der gar nicht so ein Quark. Dann muss ich selber fahren. Dann du. Da hat das Ding abgehandelt, stellst du hinten hin. Ja, gehört doch nicht mir. Du musst irgendwo anders dran. Ne, das gehört eigentlich dir. Ja, okay, nehme ich es mit. Nein. Der Ossi hat doch seins. So, was macht man jetzt? Vorher die BGH und jumpen. Gute Idee. Gut, ich probiere es mal mit dem ganzen LKW. Das wollte ich aber, auf geht's zum BGH. Da kannst du mal mitfilmen. Ja, ja, ich film schon die ganze Zeit, ne? Ach, nee, da komme ich ja nicht rum, stimmt. Markus, guck mal wegen der Rampe. Ja, die kriege ich jetzt sowieso nicht rein, das ist scheiße. Macht nix, ich habe einfach mal das Quattrack stehen lassen und mir gleich einmal hier schön gemütlich einen LKW geschnappt. Also an der BGH an dem Feld, oder wo? Ja. Oberhalb, nicht an die 41, sondern... Ja, er muss jetzt unterhalb meiner Kameramann spielt. Ja, ich stelle mich unterhalb der 36, rechts neben die Straße, in Richtung BGH. Und guckste mal links hoch. Ja, ich muss erst mal jetzt in diese Richtung fahren. Ich hänge auch mal was hinten dran. Ja, ja. ein Guten Morgen die Z Wir fahren jetzt zur WGA. Soll ich den Hänger offen oder lassen oder zu machen? Oh, Geo, du weißt, das ist ein Leittrecker, ne? Gibt's in Hamburg eigentlich auch mal so als Frage, gibt's in Hamburg oder in den Laden hier, wo man Fahrzeuge kaufen kann? Ja, wo ich in der Hamburg Fahrzeuge kaufen kann. Bestimmt gibt's in Hamburg, oder was? Ja, weil ich find keinen. Ja, Jiggy, jetzt warte doch mal, bis der Geo unten ist und filmt. Ich probier das gerade mit dem geschlossenen... Wow, und jetzt... Yeah, fett! Hier besser, oder? Ja, mit dem geht's eins ran. Dann kommst du fast komplett gerade runter, ohne Kutzelbau. Hier unten ist die Strecke verpasst und oben. Wann ist denn der Kameramann oben? Ja, ich muss das mal gucken, wo ich hin muss. Unten an der Kreuzung links. Unten wo die Stelle sind, oder was? Äh, stück weiter Richtung BGA. An der Kreuzung links. Ja, jetzt fahr ich dann Richtung BGA. Äh, du brauchst mehr Anlauf. Oh. Ja, jetzt seh ich zum Beispiel den Slayer. Weißt du ja nicht, wo der Slayer steht? Der Slayer steht jetzt genau neben mir. Ja, ein Stückchen hin noch. Noch ein Stückchen hin. Ich weiß ja nicht, wo ihr drüber springen wollt. Geradeaus, geradeaus, weiter. Ich seh dich unten auf der großen Kante. Weiter, geradeaus. Weiter, geradeaus. Weiter, geradeaus. Ja. Jetzt stellst du dich recht in die Wiese. Ja, genau in die... Na, fahr gerade in die Wiese rein. Genau. Stopp! Zurück! Da oben über dem Feld. Ja, und jetzt schaust du ein bisschen leicht schräg Richtung 36. Aber gleich mit zwei Mann hinterher? Wo bist du denn? Ich bin noch ein dritter, aber ich hab ein gutes Gespann. Äh, ja, äh, äh, ja. Wo ist er denn? Bist du schon besprungen? Nee. Mach zu. Mach. Ich komm mit ein bisschen Abstand rein. Oh, jetzt kommt er hier mit dem Mähwerk durchgeschossen, der kaputte. Jawoll! Gib Gas, Mann! Gib Gas! Bin dabei, bin dabei, ich bin nicht auf. Also Slayer ist jetzt neben... Ach, da oben, nein. Nein, ich glaub's nicht, da. Äh, da kommt noch einer. Wow! Jooooo! Yeah, 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 ja, 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 ja! Hat der Baugestättschack holt. Hahaha! Äh, okay! Ich lieg auf der Seite. Sehr Device, Mann! Also ich... Ich seh hier ein Mähwerk rumliegen. Gehört da auch ein Mähdrescher zu? Ja, mit dem Mähdresser kriegst du aber die Geschwindigkeit nicht drauf. Achso, da hat der meine Hintergang. Ich hab's vorher mit dem Bulldog probiert. Ist zu langsam. Weil die jetzt beeilen dich aber. Jetzt mal ohne Hänger. Ohne Hänger? Ich hab's gerade nicht. Ich mach jetzt nicht ohne Hänger und dann hänge ich wieder an. Gut, ich hab auch gerade mal abgehangen. Ich hab's nicht mehr. Ihhha! Ahahahahahahaha! Meinte! Drecksporn in der Luft. Kommt, cool. Du verrückter, nur verrückter unterwegs. Jetzt teste ich das auch mal an, du musst aber oben zwischen den zwei Bäumen durch, ne? Denke dran, ich folge dir, warte mal, mach mal ein bisschen langsam. Ja, ich muss immer ein Auflieger wieder dran machen, weil ohne ist so gefährlich. Los, alles hier. Ja, dann können wir gleich hintereinander fahren. Ja, dann lass mal unten fast beim Schock sammeln. Na, nicht so weit da wo Mako gerade ist. Du, saft Gesit! Weißt du, was du hinten dran hängen hast und was wir für Gewicht dran haben? Boah, ich muss aber einen Auflieger dran nehmen. Ich fahr drunter und drück mich auf Kuh. Neh mal. Mööööööööö! Bööööööööööööööö. Ich mach Feierabend, weiß Bescheid. Gute Nacht. Ciao. Ja grüß die Hühner Alter und über 1000 Kilometer vor euch jetzt, what the fuck, bis nach Liverpool Über Rotterdam oder? Hamsterdamm Pulp, Junge, er hat dich gelenk Da konnte ich jetzt nichts für, es ging krass Was? So wer macht denn jetzt den Anfang an? Dann machen wir uns hier los Häcki, warum muss ich ein Kronspringen machen? Ich kann es mal probieren, Alter, rechts vom Baum einer links Als müsstest du das direkt ausloten mit der Endgeschwindigkeit Und dann hier langsamer und schneller und drüber springen in der Luft auch noch Ja, nach mir oder vor mir Alter, das geht nicht los topping Okay, dann spring ich links vom Baum Das wird nichts Reggie, das geht schief, gibt Gas Alter Voll Und einer hängt fest Ja, Ne, ist klar Kriegen wir ihn da oben weg? Ja, siehst du da hinten, siehst du mal. Ja, oder scheiße im Teich. Äh, wo ist denn unser Kaffee? Achso, ja. So grand berghoch zu fahren, aber das geht nicht. Äh, da kommst du den Lüfer da oben hin. Ja. Ich rette ihn. Ja. Den kriegen wir da raus. Den kriegen wir raus, Margot. Dem, lass stehen. Ja, da war ein Zau. Zau. Ja, da war ein Zau. Äh, nächste Version, springen mit Gruber. Mit Sämaschine. Ja, mach dir jetzt hier Weitsprung, ja? Ja. Ja, nee, ist klar. Ich kann meinen Schneider gar nicht mehr abhängen. Du hast, das häng ich unter dem Ast fest. Lass doch den Auflieger da oben stehen, sonst kommst du hier unten sowieso nicht zurecht. Der Waldi kommt hoch. Bergsteiger Waldi. Puff. Ja, 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 ja. Seht ihr schon kommen, das geht alles schief hier. Das wird's gut. Schieb von hinten, schieb. Der betreibt mir hier hoch. Hahaha. Ich denke, ich bin aufgerutscht, wenn ich an hab. Bio, komm hoch, das ist ja auch interessanter. Das war mal rückwärts, ein bisschen mehr Schwung. Ja, warte mal, ich muss mal gucken, wie ich jetzt da hoch komme, wo ihr seid. Glätte einfach zu, Fuß außen hoch, Bio. Von Fehl, 36, auch nicht. Na, ich meine nämlich auch, ne? Ja, dann bist du aber, kletter doch einfach die Felsen hoch. Ah, stimmt. Moment. Wir brauchen einen Bergepanzer. Also, liebe Motta, Bergepanzerzeit. Oh, guck. Der Spin Tires, wa? Ja, das ist Spin Tires hier. Genau, Spin Tires. Ja, sowas bräuchten wir jetzt hier. Den Bergepanzer für Spin Tires. Wenn du den Rückwärtsgang reitmachst, wär ich dir... Ich hab'n Rückwärtsgang drin, aber hinten geht nix mehr. Bei mir selber einer hinten drin hängt. Jetzt hängen mir sogar zwei hinten drin. Warte. Warte mal, jetzt könnte ich vorbeikommen. Du sollst gerne hängen. Boah. Du hängst vorder. Das sieht aus, wie wenn ich übertreib. Wo ist denn die überhaupt? Hier. Ich laufe hier gerade rum. Scheiße. Ich hänge fest. Oh, ich werd' gar nicht überfahren. Ja, geil. Ich seh' hier oben ein, ähm... Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Ja, schieb, schieb. Das sieht von unten recht lustig aus. Nene, 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 nene. Jetzt hängt der nächste fest, der kommt immer weiter. Geil, es ist. Kannst du aber noch nicht mal abhängen, weil es gar nicht angehandelt ist. Äh? Zeigt er mir nicht an. Gerät wechseln. Ich kann noch nichts wechseln, da ist nichts. Nichts da zu wechseln. Ja. Alter, Traitor. Janis, klar. Nein. Scheiße. Wuuu. Geil, hast du das? Ja, natürlich. Na klar. Er hängt am Mähwerk. Wie klar. Ich stand unten zum Glück, ey, jetzt bei dem Dingem. Mal gucken, ob ich ihn los für hier. Er hängt an dem Baumstump fest. Am Stumpen. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Scheiße, ich komm nicht hier drunter. Ich bin mal gespannt. Schler, jetzt sind wir nach links mit einem Arf hier. Dann kannst du mich ein bisschen nach rechts ziehen. Achtung, Finger weg. Köpfe einklappen. Was weckt mich am Arsch. Man kann so, die soll gut klauen, gell. Was warst du da oben? Egi, was machst du da oben? Alter, ich hänge aber in den Schneidberg. Aber es kommt lang, es kommt, es kommt. Ja, weißt du warum? Weil ich die ganze Zeit mit der Motorsteil genau unten rum hantiere. Und hab diesen blöden Baumstumpfkleider gemacht. Schler, mach mal nur einmal. Ihr verrückt. Nee, denkst du am Felsenfest. Guck mal, ich hab was vom Baumstumpf abgesägt. Also Leute, so sollte man mit seinem Material nicht umgehen. Der ist mir gerade über den Kopf hinweg geflogen. So, jetzt hänge ich hier in dem... Schade. Einer auf dem anderen hängt da oben fest, ey. Äh, ich bin im Anflug. Äh, Auto? Ja, das schätzt. Und, kannst du mal bei mir einsteigen, in den du auch du abhängen kannst? Ich hab gerade nie gesattet. Ja, warte mal, mal kurz. Das ist doch purer Wahnsinn hier bei TWL. Da kommt der nächste geflogen. Mit dem Grubber. Ja, ich bin im Anflug. Ja, ich bin in der Weile, ich bin in der Weile, ich bin in der Weile zu finden. Ich kann aber bei mir nicht angezeigt. Ja, das zeigt dir die Hand, du musst nur draufdrücken. Das hab ich ja die ganze Zeit gemacht. Du musst'n die aber auf, die seh' den gar nicht mehr. Ich bin hier. Ey, ich hab alles im Bild. Hier und wieder, super, Buck. Da steht wieder am Feldplein 20 rum. Ich bin unten. Ich steh jetzt unten. Ich weiß nicht, wo stehst du auch unten? Hier. Ich seh' den Waldi, aber leider komm ich nicht runter. Ja, du hast aber recht, ich hab' Buck. So, jetzt setz' ich wieder am Trecker. Alles gut. Da muss einer von den Jungs einen von hinten geben, wa? Da steht er, wo? Unten auf dem Plakot, wo du gestanden hast. Ja, das war ein fliegender Slayer. Ja. Du brauchst mir Schwung. Ja, genau. Lass mal einen fliegenden Slayer. Ja, so mal. Hiltenklein rückwärts hier. Das ist da, aber. Ich hab' einfach gesagt, da widerspricht nicht. Ich hab' du Sieg mir hier überzeugt. Dass der Urkshausen doch alles so schafft. Ne?